willkommen zurück bei let's play the last of us immer noch ein bisschen demotiviert wegen eben normale menschliche wesen können zum beispiel nicht mal so oberkranken wir müssen jetzt mal schlechtere gegner finden denn wir müssen genug gegner kennen damit unser und die ganzen überlebenden nicht sterben das wäre so viel krank ist wie in acht kranke drei weiß nicht mehr acht acht hundeligen drei kranke hast du 42 gesunde hoch ich nur krank wie krank 0 und nun gehörst du mal welche auf krank ja wenn du einmal überschuss hast an vorräten wenn das weniger kranke wieder aber der verwehr wenn die runde eben mit null gebracht null überlebende gar nix wie mir das geht doch endlich mal an die gegner doch keine ja 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 ok da kommt mal bitte zu uns na doch egal geht ja noch über 100 der 130 und gegner team und wir kommen mal nuller und nein sondern ein eine woche kostet einleit einleiterechner hier mit 100 schon gespielt haben das sind siebenhundert der spiele schon und spiele so jetzt wird das zentrum ne ja ja bildstadt ist auch gut die machen ja auch was mir egal was bekommt kalt für zentrum gestimmt ja nein prozentrum diesmal also wie die leute habe ich schon gerade nachgeguckt ein schalter verkostet vier ausrüstungspunkte ist mir echt moment noch zu viel ist mir neue punkte mit punkte ich höre das jagdgewehr ich habe nur eine klasse ich habe ja noch als einig einmaliges booster zehn prozent mehr teil im spiel wir müssen das verstehe ich nicht missionen 0 von neuen gegnern den tag 1 von 3 neue gegner minus 40 prozent wenn wir neun gegnern kriegen wir eine 40 und 15 minus 20 und 20 schaffen nur minus 10 das kann doch eben in der story was die gelesen hat oder verlieren wir auf jeden fall was dann doch eben in der story wir werden angegriffen wir müssen uns so gut wie möglich verteidigen na ok ich weiß nicht vielleicht wenn wir auch mehr als 20 haben wir vielleicht in dem auch gar keine weiß ich nicht 20 chaos für drei runden woher leistung was das war eine leistung mit drei runden 20 chaos werden exekutionen im künder wäre das höchste 9 gewesen so einfach mehr an dem rand umhauen muss man gerade mit zwei versichert weil ich für dich besser ist ein großes vorräte geben so können wir es nicht jemand nicht was geht ja passt aufeinander auf das stimmt muss jetzt erst mal wieder nur sein die haben wir noch nicht was wir hatten ja nicht fertig los geht es kommt auch ein bisschen unbekannt vorher alles ist auch der kampagne da beim rathaus und jetzt noch nicht alles mit dem gegner ja ich sehe schon bei mir sind zwei stück kannst du dir drei bei mir sind alle drei hier immer hier anders von wo sind denn rechts rechts ganz rechts auch wochen fällt neben ich verständnis doch mal abweh ich muss dann die ganze men ja ich bin meinn хотя so ein kack bock dort jemand gib ihm doch mal was kann ich will mit zwei drum super geschenkte kills wie eine eine exekution und zwei kurs schon auch eine exekution wir waren ja gerne weil wir haben gefühlt bei bei dem wir das jahr wäre echt gut dazu über einem spiel hängen wir die dorn auf sowohl plakate automatik auf die zu rennen ist ganz schlecht ja die remmich hat diesen so durchgeschossen und dann nicht nur noch mal mit zwei mädchen auch ich weiß auch das ist der vorn ach so ja zwei eingeschränkt also nur von hinten mit messer unser typ ist direkt hinter dem macht nix was für trottel das team ist für den arsch wenn wir die alle schlechtesten bei uns die besten wieder da ja schön kevin noch mal der hat mir gerade ein messer gefühlt 1 2 3 1 2 das ist mir eine kiste kein zucker sogar wieder ja ich brauche zucker für die ganze sache alles oder nicht da fehlt mir irgendwas anders ok man los geht's so malto habe ich läuft wieder auf mich zu wenn die sie das mögen hab einen ist down neben den Rauch ALTE nicht gesehen der ist auch tot jetzt kommen wir zu zweit herum ich bin der gegner jetzt geht lol hilf mir doch mal mein teammate was macht der denn da ich bin doch oben ich will ich halte dich ich halte dich da war immer noch einer irgendwo da hinten Mist bin getratet nein alle im Boden lol ich hole dich pass auf geh weg da du bist im Schussfeld wo ist denn der? ich helfe dir komm schon aber weg deinen Arsch der rennt gerade der rennt zwei stück da sind alle drei halt ich schmeckt moltov hin das ist richtig ihr habt mich ja will mit dem fucking schalldämpfer überpowered kacke da ja eingetroffen in moltov einfach reingerannt die wurden natürlich auch gekillt sofort einfach reingeschmissen in moltov so die schutzschwester enden und die formierter informiert nebisch die alten schalldämpfer siehst du wie ein schalldämpfer schalldämpfer ist so kacke guck mal zwei stücke ist nebler schalldämpfer das ist immer powerdämpfer kacke ja brauchen wir auch ja hab ich schon aber das braucht 4 punkte wir brauchen auch so einen punkte deswegen ja so haben wir jetzt 2 3 so haben wir jetzt 2 3 das ist noch nicht groß ist für unsere taktik ändern können ich weiß nicht wie man jetzt besser spielen sollte ja schalldämpfer ich bin schalldämpfer ich mach jetzt mal moltov Gegner die kommen an grad der moltov zur not ich finde die direkt ich habe ihn einmal ich habe ihn einmal ich habe ihn einmal er ist dann und noch einer im boden der krabbel da rum der teammate hab ich kaputt gemacht ich gehe schon mal weiter vor fack man ich habe den moltov mit 3 und 3 leute reingeschmissen aber ich habe einen k.o. gemacht und einen habe ich trubes gemacht aber nur scheiße oh man ich hätte den triple reißen können fack schade ey ich hab 6 k.o.s echt schon das hat immer so eine geile lagekeule ich kann ihn noch nie bauen also ich kriege keine keule im moment ich kriege nie baseballsleger ich habe meine keule und dann bereich nicht bauen oder andersrum ich habe keine keule aber den arres also irgendwas habe ich immer nicht davon das war ärgerlich die alle drei vielleicht irgendwie eine taktik vielleicht gibt es irgendwie auch in dessen kiste immer was festes drin ist aber vielleicht wissen wie man schadet die power die kreise die kreise der typen kippen um naja ok man los gehts und schotte da unten wieder da läuft einer da läuft einer da läuft einer und exekutiert das ganze gedrückt ich denke kurz weg ich habe gesagt so dass niemand das ist natürlich ich soll die bierländer mit exekutieren können wir meine aufwege ich habe ihn gekillt gut nicht auf vorne wurde gekillt ja genau ja ich schaue die manchmal echt nicht durch den dreck vorlieben schuss rein du schießt einfach zurück muss ich gar nicht dass sie von mir schon die fresse geschossen interessiert die natürlich nicht warum auch nur warum ja warum auch eine schotte ins gesicht muss ja nicht töten wir sind knappe runter hier ist es gerade ja der problematik ist leider nicht sagen wir sind ja hier wo ich bin ich bin direkt weiter die schotte die ne also manche lol das ist deine vollautomatik die vollautomatik wir sind ja noch ein paar weiter weiß ich nicht und ich lebe noch ich schau dir zu die antriegen leider alle ja weiß ich ja da ist einer da ist nicht nur einer das sind alle drei alle vier haste bombe habe einer ledig ja ich wie du mir schaut die ein reindrückt und da war ich ein bisschen weiter weg alle 25 57 insgesamt ja naja gegen alle vier sind dass wir keine chance mehr so so und bevölkerung habe ich eine tropie verdienen so ist alle wieder gesund ich habe es ich habe es 43 so wie ich nur so wenige 200 freischalte an neuer anpassung halbautomatisch halbautomatisch gewehr schalke dem freischalte ja hier habe ich auch schon erst mal das ist noch so wie ausgekehrt sonst geht es selber wieder raus ja ich bin ich kann noch frei jetzt geht gerade so erst bekommen wir noch eine aufnahme hier ausrüstung auf der kann es mal gucken wir auch vier plätze braucht das kack ding der schaliger ja müsst ihr die schroth flinde rausnehmen also die power waffe und noch nicht und noch wieder belegt wird das ist mir aber eigentlich zu schade schroth flinde also geil ist mir auch nicht ja ich sehe den merk auch gerade so kommen jetzt nicht ich habe mich noch reingepackt und ich habe noch einen punkt über ich sollte etwas reingepackt ja was hast du rausgenommen die schotty du brauchst nur zwei punkte mehr weil du hast ja schon zwei wenige halbautomatisch sozusagen ach so die hat ja schon zwei du musst nur zwei punkte weniger ich kann ihm viel das perk noch nehmen ich gucke aber mein ding nur marathonläufer ohne scheiß oder sonst habe ich nichts hier ich habe nur einen marathon ja gut ich probiere mit charlie mal gucken ob das besser ist scharfschütze kostet zwei punkte da kann ich noch ein paar fassen wir noch das schwanken des zielfernrohrs sind 25 prozent verringert ja so gut fahr ich noch ein weil marathonläufer brauche ich eh nicht wieso marathonläufer kann ich nur nehmen ich kann ja nichts anderes nehmen ne ich hatte noch einen punkt frei marathonläufer ist schon einer bei mir zieht wieder lieber 1 erste hilfe 1 zieht 2 marathon 1 zieht 1 und den sprengstoffwerksfälle 1 zieht auch rein oder nicht ja was gerade abgelenkt hast du erste hilfe 1 nicht ich soll sagte aber ich habe eine sekunde nicht mehr was man ist jetzt fertig machen ähm packen wir hier hier auch noch halbautomatik nicht einmal halbautomatisch normal und so und dem einsteigen effekt ähm ich habe jetzt drin tore eine 9 mm die halbautomatische schall gedämpft brengstoffexperte 1 wiederbeleber 1 der handwerker 1 und scharfschütze 1 höchste hilfe 1 die 2 ja das finde ich nicht wenn ich bin wenn du so seid medikett entweder ich bin gleich tot oder ne komm nutzen wir nicht nur das war mal die fette schotty mal weg ok das noch einmal aufnehmen und dann mach es mal ja erst noch nicht schluss noch was am blenden mal gucken was ich noch hab du können auch noch anpassung objekte ich habe neue hüte ja cool ortländer mal neusag war mein Problem erstmal hütermütze na gut sind wieder kacke aus dem wintermütze hier unten war noch eine hüte ah hier war cool und norwegermütze ok weil ich für hüte mal voll schalten kann wenn ich schalte ranger mit flammkopf war ein grün ich habe mein emblem neu gemacht habe ich noch ein paar ausrüstung neu hier wird etwas neues noch so deck und trainer 2 du beginnst bei jedem spawn im messer und das weiter lol tore du tauchst nicht im lauschmodus das gegner auf wenn du geduckt läuft mhm auch nicht schlecht ne eigentlich habe ich noch neu wir haben mich gar nicht neu oder weißt du geil doch bei den perks musst du ein paar sachen neu haben ja aber gucken wir nicht bei den bräuern wir gucken ich gebe dir immer noch immer neu für wissen was das ist oder bei den pistolen oder was oder bei den pistolen oder was mhm wir dürfen ach hier habe ich etwas neu Handwerker 2 du fährst gegenstände 55% an der ist für jede für jede für jede 3 egal für jede 3 angefählte gegenstände erhältst du ein gratis geschenkpaket das ist ein geschenkpaket ach so das kannst du einem verbündeten geben und der erhält ein zufälliger gegenstand hast du für ihn gekriegt ich habe mir vorhin eine rauchbombe gegeben ja genau das ist das aber für sowas 4 punkte ausgeben sind ein bisschen viel das ist echt viel so gut das war's dann mit dieser folge ja ein bisschen am ende ausgerüstet nächste folge seht ihr ein bisschen schally action hier bis zum nächsten mal Leute haut rein tschüss haut rein tschüss